Hi, ich bin Lara. Ich bin Carina. Ich bin Lisa. Ich bin Ben. Und wir machen die Ausbildung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen bzw. den Kaufmann oder das duale Studium hier beim Volksverbund. Während der Ausbildungszeit durchläuft man 20 verschiedene Abteilungen im Unternehmen und geht dazu auch in drei Blöcken in die Berufsschule. Nach meiner Ausbildung werde ich in der Versicherungstechnik übernommen. Hier kümmert man sich um alle technischen Anpassungen in den Verträgen. Das heißt, man passt die Beiträge an, man kann vorzeitige Auszahlungen aus Verträgen veranlassen oder Tarifbausteine während der Vertragslaufzeit rausnehmen oder einschließen. Wir haben dich gerne bei uns. Wichtig ist dabei, dass du einfach du selbst bist, offen bist, dich nicht zurückhältst, sondern einfach das sagst, was du denkst, weil das ist bei uns im Unternehmen das Allerwichtigste. Denn du wirst schnell genauso wie jeder andere Mitarbeiter in den Abteilungen eingesetzt und das ist gerade so schön bei uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017